Ich gehe normal aufs Klo, traue das Licht auf, traue mich um, setze mich auf wie normal, wie immer, und dann fahre ich mich wie ein Zwicker. So, dann sehe ich da, dann denkst du, dass es Blut ist. Dann habe ich erst gesehen, dass ich mich reingezwickt habe. Aber Sie haben die Schlange gar nicht gesehen zuerst? Nein, das habe ich erst gespürt. Wie ich reingeschaut habe, habe ich erst gesehen, habe ich nicht gespürt, dass es mich gezwickt hat. Ja, ich muss zugeben, das war kein einfacher Einsatz. Das Tier war nur mit einer kurzen Körperschlinge heraßen und wollte dann wieder in den Kanal zurück. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020